Okay, Leute, es ist wieder soweit. Ich heiße herzlich willkommen zu Selbstw-Aaah! Wir sind wieder da. Wir sind wieder da und es geht los. Der Bot ist aus und ich heiße herzlich willkommen. Die nächste Runde. Was werden wir heute tun mit der neu erstellten Konfi? Ich habe mich ein bisschen bearbeiten lassen, aber das wisst ihr ja schon. Für alle die, die das Infovideo gesehen haben, wir facken wieder an. Bei Null. So, mal sagen, wir suchen uns ein paar Karrieren aus. Denn Arbeiten muss man auch. Katie schaut erstmal fern, machen wir so. Aber das Wichtigste. Reisen, surfen, gesellschaftliche Ereignisse planen, Haushalt umziehen lassen. Such dir einen Job. Keldis Job. Hey, Nina. Ne, es ist Katharina, müsste das sein. Ich werde kaliente. Der Bot ist aus. So. Was mache ich denn für eine Karriere? Ich würde mal sagen, ich werde Mafiosi, ne? Mafia-Boss Keldi? Ja, komm. Das wäre mal was. Das ist mal was anderes. Mal sehen, mit wem Selin. Soll ich den Beruf zu harter Kerl ändern? Wenn er die Stelle annimmt, wird er als Amateur. Ah, gut. Das sind auch die alten Jobs. Ich bin unterhal... Bin ich echt schon Unterhalter? Moment. Moment, Moment, Moment mal. Hab ich echt schon Jobs? Selin ist Schriftstellerassistentin? Na, das hätte ich auch nicht gerne. Unterhalter, also Musiker. Das glaube ich auch nicht. Daniel wird machen... Bernie? Schriftsteller, ne? Bernie machen wir Schriftsteller. Kopa hat keine Karriere. So. Weiß nicht. Ich mache auf jeden Fall den Mafia-Boss. Selin wird nicht Schriftsteller. Schriftsteller. Daniel? Muss ich mal gucken, was der tut. Bernie? Braucht einen Job? Ja doch, der wird Schriftsteller, sagte ich. Und Kopa? Braucht auch nicht. Such den Job! Genau. Auf geht's. So, Leute. Sucht euch alle einen Job. Die plaudern währenddessen miteinander. Den Haushalt haben wir aussortiert. Jetzt suchen wir Jobs. Wer kriegt zuerst den Job? Der Kaldi, logischerweise, ne? So, kein Aber. Karriere für Bernie. Bernie wird Schriftsteller. Journalist. Finde ich gut. Kein Aber. Daniel. Daniel. Daniel, der Businessman. Daniel als Manager. Toter. Daniel als Manager. Hätte was, ne? Daniel, was hast du dazu? Manager. Koch kann ich mir nicht vorstellen. Technik. Manager. Daniel als Manager. Das hätte bestimmt, äh, hätte oder was, ne? Management. Daniel als Manager. Irgendwie schon. Ich glaube, das versuchen wir mal. Wir versuchen mal was komplett anderes. Daniel als Manager. Das stimmt. Celine wird Künstlerin. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Hey. Oh, Kaldi hat den falschen Job. So. Wer sucht denn jetzt seinen Job? Mit Letters kann ich umwechseln? Warum nicht? Warum nicht? Ach so. Das heißt, ja. So. Daniel hat die Business. So. Schriftsteller Bernie. Kopa hat keinen Job. Da muss ich gucken. Kaldi einen anderen Job. Und Celine einen anderen Job. Daniel hat einen. Bernie hat einen. Kopa. Ach ja, ich muss auf eins drücken, wenn es schneller geht. Ich weiß nicht. Was machen wir bei Kopa? Den Beruf, den Daniel machen kann, gibt es doch gar nicht. So. Jetzt aber. Karriere für mich wählen. Mafia Boss. Harter Kerl eher. Ja. Ich möchte ja nicht im Business sein, sondern... Harten Schuss. Entertainer Karriere verlassen. So. Karriere für Kopa wählen. Kopa wird E-Sportler. Auf jeden Fall. Kopa wird Hearthstone streamen ohne Ende. Stripper. Gibt leider nicht. Und Kaldi hat schon mal direkt Bock. Kaldi hat Bock. Oh ja. Erstmal hier unterhalten. So, Haushalt. Was ich nicht gezeigt habe. Hier ist ein kleiner Tisch zum Essen. Frösche. Ja, genau. Karriere, Fitnessfähigkeit, Kopa. Was macht Kopa? Der Kopa macht Liegenschütze, ha? Oh, Kopa fühlt sich gut. Romanze ansehen. Gut, ich würde mal sagen, wir brauchen noch einen zweiten Tisch, ne? Also, noch ein paar bequeme Sessel. Eigentlich brauchen wir noch ein paar... Das heißt Erotik. Exotik? Exotik? Erotik? Normal Ex... Wieso Exotik? So ein bequem Wohnzimmer-Sessel. Sessel-Mini-Simp. Moderne auf groben Stuhl. Simplistische Einfachheit. Normal, ne? Gibt es nichts Schönes? Die sind alle so teuer. Solidarität. Den gibt es in Schmähradfarben. In einem Sexy Pink? Nein. Weiß. Schlicht. Schlicht und einfach. Ganz schlicht und einfach. Da muss ich hier aber ein bisschen verschieben, ne? Damit das passt. Sorry, Leute. Ich muss euch mal da kurz rausschmeißen. Da muss ich hier ein bisschen... Improvisieren. Ich weiß, die stehen da jetzt ein bisschen ungeeignet, aber... Das dürfte passen. So. Kann man sich jetzt da hinsetzen ohne Gefahr? Normal schon, ne? Bei, nee. Moment. Sieht scheiße aus. Drehen wir die mal eben. Sorry, Kopa. Muss ich mal wieder... Runterschmeißen. So. Ist doch Kopas heimlicher Wunsch. So, jetzt passt. Was macht Selina eigentlich? Ach, jetzt kommt sie rein. Und schaut fern. Ich glaube, ich sollte die Grafik mal runterstellen, sonst leckt das mir zu sehr. Spieloption. Quali hoch. Niedrig bis Mittel. Pieping Tom. Oh ja. Einige angewendete Änderungen werden erst, wenn es neu gestartet wird. Sieht besser aus. Von den Legs her. Bernie ist Co-Cat. Ja. Wie wär's mal, wenn ihr was anderes guckt? Kaldi? Was mach ich da? Wie, aufs Klo? Wie wär's, wenn wir mal umschalten? Kanal wechseln. Oh. Wie wär's, wenn wir mal umschalten? Damsy! Ich muss mal sehen, ob Kopa kann sich auf den Sessel. Ich würd gern ein bisschen... Ja, auf die Couch. Hey, eine Umarmung! Ja, Bernie scheint anscheinend der Mann der Wahl zu sein. Charisma. Kopa ist Comedy. Tagesaktion, gemeine Interaktion. Ja, lassen wir das mal. Gute Beziehung mit Kollegen unterhalten. Gut gelaunt zur Arbeit gehen. Gemeine Interaktion. Hey, ich könnte ein Arsch sein. Nur Umarmung! Daniel und Bernie, machen wir so. Charisma-Fähigkeit. Und Kopa und Celine Hennen? Äh, nimmt man sich noch ein Künstler. Ja gut, man könnte das auch, ähm, Tanzkünstler nennen, natürlich. Nimm mal diese Kunstband. Hält ihr waschtest die Hände? Wer wird Koch? Ja, ich hab auch die Charaktereigenschaften ein bisschen geändert. Ein bisschen, damit nicht alle tollpatschig und faul sind. Tollpatschig, Musikliebhaber, Gut und Grübler. Kreativ, tollpatschig, Bücherwurm. Geek, düster. Oh ja, unser pessimistischer Daniel, man kennt es. Und Genie. Bernie ist kreativ, fröhlich, aktiv. Fröhlich, ja doch, das passt schon. Kopa, Geek, Bro und Faul. Machen wir so. Celine stellt sich erstmal hin. So, ich brauch noch ein paar Sachen. Einen PC zum Beispiel oder ein Tablet. Aber dazu braucht man ja ein bisschen Geld. Und Geld, da schwimmen wir nicht gerade so. Und wir müssen streamen heute ein bisschen kürzer. Einfach nur so ein kurzer Anfang. Wir spulen ein bisschen. Mit fünf Leuten wird es schon wieder unordentlich. Ich merk's schon. Fünf Leute unterhalten. Das ist nicht ganz schwer. Celine muss aufs Klo. Hier geht sie schon von selber. Aber das kriegen wir alles hin. Sie liest doch keine Bücher. Sie schreibt nur welche. Die ganzen Klauern ein bisschen über CDs und alles. Und jeder hat übrigens so eine schöne Kiste. Comedy. Bernie wird auch ein Komiker. Theoretisch könnten wir einfach den Huhn von sonst was machen. Daniel. Finde ich jetzt nicht so gut. Blau dann ein bisschen. Zwölf Uhr. Wir spulen ein bisschen. Wir können auch ein bisschen Party machen. Wir feiern, dass wir hier angekommen sind. Und Celine muss auf Klo. Ja, dann geh doch. Oder kommst du da nicht raus. Kaum geht's los und schon missgeschickt. Ist du mal auf Klo? Bernie macht. Äh, ja, umfrore. Er macht irgendwas. Hey, mir ist alles im Weg, ha? Na, Daniel. Würdest du kurz mal zur Seite gehen? Richtig, ich muss die Zimmer noch einrichten. Oh, da fehlt mir aber das Geld für. So, Daniel. Was macht Daniel denn jetzt? Düster. Traurig. Traurig ist falsch. Ding düster. Wenn düsteren sind, ist es halt ständig eine Wolke ab. Was macht Daniel jetzt? Ausheulen! Ja, halte ich zwar für unrealistisch, aber hey. Jetzt hat sich Kaldi erstmal entwechselt. Ihn soll überhaupt nicht pinkeln gehen. Da kommst du nicht raus, da ist kein Platz. Hm. Das ist natürlich leicht assig. Das ist leicht assig. Ich könnte den auch einfach hier hinsetzen. Von hier aus kann man bestimmt auch gut fernsehen. Selin! Kannst du jetzt auf Klo? Das ist doch das... Dankeschön. Da kommt sie vorbei. So geht's. Jetzt ist der Sessel zwar ein bisschen abseits. Da kann man sich hinsetzen. Düster ist eher traurig. Gut, dann müssen wir das auch aggressiv ändern. Aber aggressiv, wütend. Hitzkopf? Hitzkopf passt aber auch nicht. Boah, ich sagen muss, dass das saukomisch aussieht. Erstmal mitten in die Fresse rein. Ja, von der anderen Seite. Dann gehen wir halt alle da rein. Gehen halt alle so rum. Muss man halt sagen. Entschuldigung, ich bin noch kurz vorbei. Witzig. Zusammensitzen auf dem Sofa. Natürlich. Du kannst... Kannst du nicht plaudern? Dazu musst du erst laufen? Über Bücher reden. Das ist ein Bücherwurm. Das ist richtig. In die Richtung können wir auch nicht allzu viel machen, weil da ja bekannterweise das Klo ist. Falsch, wie man hier erkennen kann. Da ist die Tür. Da müssen wir die Tür ein bisschen weiterschieben. Kann man das zwischendrin? Nicht mit normalen Mitteln. Aber wenn man die Sims bearbeiten kann, klar. Dann müsste man halt voll bearbeiten. Aber normalerweise nicht. Mit wem versteht sich Celine jetzt am besten? Ja, mit Kopa, hätte ich gedacht. Woooo, Applaus! Celine tanzt eine Runde! Ich würde mal sagen, wir machen eine Runde Party, ne? Oder wir gehen erst was essen. Daniel hat Bock! Der holt sich mal was zu essen. Der holt sich einfach mal einen Joghurt. Ich würde mal sagen, wir ändern auch die Bestreben dann gleich mit. Deviant ist Staatsfeind. Von zwei sind es nicht gemocht. Nein, das ist nicht Kelly. Essen, Vermögen, Wissen, Liebe. Natur, was ist denn Natur? Freiburg, Fieger, Gärtner, Angler, Ass. Dekorator. Sammlerstücke. Beliebtheit sammeln. Freund der Welt. Zehn Sims vorstellen, drei Freunde haben. Freund der Welt. Kelty, der Freund der Welt. Ja, irgendwie schon, ne? Machen wir so. Zähl Sims vorstellen. Hey, ich bin Kelly. So, Celine wird nicht Bestsellerautorin, sondern Malerin. Daniel Computerfreak? Ich auch nicht. Kelly's beliebte Sache ist das Essen. Dann macht das gleich. Nächster Part. Kann man das zwischendrin? Ja, kann man. Äh, nochmal. Was ist denn? Nerd-Hirn. Drei Bücher zu Ende lesen. Logikfähigkeit. Level 10 der Logik. Fünf Objekte reparieren oder verbessern. Nein. Daniel möchte gerne stinkend reich sein. Daniel hätte gerne Bestsellerautor. So, Bernie macht immer so. Und Kopa. Computerfreak hört sich schon mal ganz gut an. Dazu müsste ich jetzt auch erstmal den Dings rausgucken. Welchen Dings wir da verbräuchten. Telefon-Gesellschaft geeignet, das möchte ich. So, reisen mit. Wir nehmen alle mit. Kopa. Wir gehen Party machen. Free Bono. Orban David Cole. So, auf geht's. Nicht alle können mit. Alle beschäftigt, oder was? Yay, Geld. So. Wir können aber alle nachträglich rufen. Wir gehen jetzt erstmal feiern. Wir gehen pumpen. Wir gehen in die Lounge. Oh ja. Sieht auch sehr nett aus, muss man sagen. Mit dem neuen Plumbob. So heißt das Ding. Für alle, die es noch nicht wussten. Daniel wäre gerne stinken und reich sein. Essen. Gute Sachen essen. Möglich. Könnte man tun. Bestreben. Fortschritt. Klicke auf die Angelschilder, die du überall. Ja, um zu angeln. So, Benny und Celine sind gerade beschäftigt. Was? Ach ja, richtig. Wir müssen immer noch da mit. Celine. Kontrolle umschalten. Nein. Kann ich die nicht einfach hier hinrufen? Kann ich doch einfach so machen, ne? Handy einladen. Hier habt ihr zu hängen. Die beiden. So, jetzt gucken wir mal. Kelly, was treibst du gerade so? Gehen wir mal rein. Und unterhalten uns ein bisschen. Hey, hier ist ja absolut gar nichts los. Wir sind gerade beschäftigt. Benny und Celine sind gerade beschäftigt. Aha. Aha. Warum habe ich die Baum-Modus-Musik? Das ist die aus Sims 3. Ich dachte schon, das ist die Musik, die im Radio läuft. Das ist die aus Sims 3, die Musik. Michael. Michael. Geldi ist gut. Oh ja, wer trotzdem mal fairboss. Der Laden muss ja wegen Überfüllung schließen. Ja, scheint richtig was Lust zu sein, ne? Den haben wir hier so. Schüler. Ach, Senior. Handy. Nicht mit Bernie. Tja, wer war es? Vorführung ansehen. Ja, was erzählt die so? Muss man auf Bernie eigentlich? Muss man gucken. Daniel? Daniel? Daniel geht's gut? Daniel? Ich bin viel lieber mit dem Handy beschäftigt. Setz dich mal hin und plaudern ein bisschen. Hat die Videospielfähigkeit erworben? Ja gut, dann mach's nicht mehr. Moment mal, kann man das nicht auch ändern? Nee, also doch ramieren und zocken. Was ist denn alles? Keldie, stell dich mal ein bisschen vor. Verspielt. Ach so. Hey, ich bin Keldie. Hey, ich bin Keldie. Hey, ihr alle. Ich bin Keldie. Hörst mich doch zocken. Erst mal rum, dann bestellt der was. Für Fingerfood. Chips bestellen. Machen wir so. Gell, die isst ein paar Chips. Gute Idee. Doch, doch. So, erstmal ein bisschen plaudern. Was macht Kopa? Kopa guckt sich immer noch die Vorstellung an. Das ist ja Partywut. So, was geht denn da so ab? Ja. Scheint ja richtig was abzugehen da. Wow, ja. Da hat sie recht. Kopa und Katharina kennen sich. Das ist richtig. Ein paar Chips. Hey, Gell, die hat's erstmal Chips geholt. Die Frage ist, ob er das überhaupt auch will. Der hat so wollen. Kopa muss auf Klo und dann schau dir nicht die ganze Zeit hier an. Und kannst du ihn applaudieren. Ach so. Ach so, Kopa? Mit der Schoenmutter hier noch ein bisschen plaudern. Dir ist schon klar, dass sie verharrt. Ach so, wo ist's auch. Ach, um Kopa geht's gut. Selin findet ihre Wege. Wieder zu Kopa. Was? Hey, geht's wieder gut. Tja. Na dann, Kopa. Scheint sich also zu verstehen. Ah. Zehnt auch. Ein Simp. 24 Simp-Stunden am Stück wachhalten. All night long. Ha. All night. Erstmal all night long, als der Chief mit erreicht. Machen wir so. Daniel, ruf mal an. Ruf mal an und frag mal nach. Hm? Ja, stimmt schon. Hast recht. Zehntausend. Ich weiß nicht. Bernie, Selin, was ist? Ich nutze mein uraltes Smartphone, was anscheinend auch uralt aussieht um euch. Alle kommen vorbei. Ah ja, sind sie fertig. Da sind sie fertig. Willkommen zurück. Und Bernie? Willkommen zurück. Selin verläuft sich denn nicht. Wieso soll sie den Weg finden? Hm. Man braucht hier mit Orientierung. Dat Kopa gegangen. Er ist wieder zurück. Ja. Weltklasse. Das ist Diskriminierung. Warum muss der Österreicher alle bedienen? Hat die Comic-Fähigkeit auf oben. Machen wir so. Hey, hast du was zu schreiben? Nein. Hey, ist das Johnny? Oh, Johnny. Nee, Travis ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ein Ami-Boy. Joffrey. Hey. Grab und so weiter. Ist ja richtig was los. Sogar Magnum ist da. Da wär's gedacht. So. Hier bitte Magnum-Theme einfügen. Na gut. Tobias. Aber was auch immer. Hier bitte Magnum-Theme einfügen. Dum 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 dum. Dum dum dum. Dum. Dum dum dum. Dum. Ist das? Nein. Entschuldigung? Nicht ganz. David. Jetzt ist hier mal richtig was los. Jetzt ist heute Party. Dann irgendwann. Das ist richtig. Was ist denn mit Copa los? Copa angespannt, weil... Oh, scheiß Gitarre. Copa fängt jetzt mal eine Schlägerei an. Gut, man kann mit Frankel schlägen einfach. Was soll der Scheiß? Copa beschwert sich jetzt erstmal. Die Schelmfähigkeit erworben. Böser, böser Bub. Richtiger lause Bub. Kildi hat erstmal das Tanzen richtig drauf. Woo. Kildi hat den Swag gepachtet. Aber richtig. Woo. Woo. Kildi hat den Swag. Kildi dreht den Swag auf. Der richtig Party. Wer gibt ihm da Geld aus? Wer wird es saufen? Wer ist hier am saufen? Selin. Ach so, Selin soll was. Selin wartet aufs Getränk. Ja gut. Selin möchte erstmal eine Runde saufen. Selin will erstmal einen saufen. Wir machen mal so. Erstmal die Bar entlang schieben. Und dann fällt er runter. Und dann... Ist der Bruder nass. Nein. Richtig was los. Naja. Aber wir haben uns... Dann wird es schon 10 Uhr. Also... Ab nach Hause mit euch. Selin geht auch nach Hause. Alle nach Hause. Hey, wir hatten gerade unseren Spaß. Nein. Wir müssen morgen arbeiten. Ab nach Hause mit euch. In eure jeweiligen Betten. Und Bernie joggt erstmal. Dann kehrt die voraus. Ach so. Wir verschwinden einfach. Daniel hat keine Lust nach Hause zu gehen. Kopa? Ja gut. Gehen wir nach Hause. Daniel? Hey, schaut mal. Da tauchen Leute aus dem Nichts auf. So. Ab nach Hause. Küken spielt jetzt FIFA. 14. Plopp. Und weg. Tja. Das ist Sims. Aber die Wartezeiten sind wesentlich geringer geworden. Man bemerke jetzt die Wechsel.